Aber eben, Thiranesh Dibaba, damals extrem schnell gewesen, auch den letzten zwei Kilometern. Thomas Röhler, reicht's noch für den Tagessieg, wow! Jawohl, der Mann ist ja nervenstark. Da hat er eine ganz schöne Vorgabe von Johannes Vetter erhalten. Und dann mit dem letzten Versuch der Konter des Mannes aus Jena. Thomas Röhler sorgt für einen 90-Meter-Versuch, 90-06. Aber eben, Thiranesh Dibaba, damals extrem schnell gewesen, auch den letzten zwei Kilometern. Thomas Röhler, reicht's noch für den Tagessieg, wow! Jawohl, der Mann ist ja nervenstark. Da hat er eine ganz schöne Vorgabe von Johannes Vetter erhalten. Und dann mit dem letzten Versuch der Konter des Mannes aus Jena. Thomas Röhler sorgt für einen 90-Meter-Versuch, 90-06. Thomas Röhler mit dem Alpha Heismanля. edy